Musik Ich mache nur Sachen, die mir Spaß machen, weil ich bin schon zu alt dafür, dass ich Sachen mache, die mir keinen Spaß machen. Musik Dann gehe ich spazieren, ganz ohne Grund, ich hab nicht meinen Hund zum Gassi führen. Und wenn ich heimkomme, ist alles wie es war und das Kissen riecht immer noch nach deinem Haar, doch du bist nicht da. Musik Der Winner ist Anton aus Tirol. Musik Ich bin zu schön, ich bin zu toll, ich bin der Hand und aus Tirol. Keine Liegerschmachen waren, sondern warte wie die Mann, keine Figur, auch unter der Hand und aus Tirol. Ich bin zu staunt und auch zu wild, ich treibe uns weiß, gold, heiß, glän, glüh. Wie viel ich mit dem Gesicht schneide die Horstest du es zum folgenden Anfang aus Tirol. Applaus Na ja, ich würde das nicht eigentlich Boykott nennen, sondern es ist einfach eine Musik, die für ein bestimmtes Zielpublikum produziert wird und dort funktioniert es auch. Und wenn es jemandem nicht gefällt, dann kann er es wirklich boykottieren. Also damit muss ich rechnen einfach. Und was ist dein Zielpublikum? Na ja, das kann sich jetzt jeder selber aussuchen. Ich meine, mir hat man mal in den Mund gelegt, das Zielpublikum sind die Leute, die Alkohol trinken. Also auf den Skipisten und so, nehme ich mal an, oder? So ungefähr. Wir haben gewonnen mit hundertprozentiger Sicherheit die fantastischen Vier. But we are busy. As you can see in the moment, we are in San Francisco. We're shooting a cinema motion picture, which is called Four Rappers in New York. Thank you, you are alla Items. Oh, oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Grazie ancora e alla prossima! Ich bin echt stolz. Einer der positiven Töne, die aus diesem Land kommen, zu sein und die auch international erkannt werden. Danke. Welches Publikum hast du am liebsten? Das Publikum, das tanzt. Die Musik, die ich mache, ist ja deutschsprachig. Und die deutschsprachige Musik lebt eben vorwiegend von den Texten. Also die geben halt einer Produktion erst den richtigen Ausdruck. Das ist mir auch immer das Wichtigste. Aber einfach ein bisschen Romantik, ein bisschen Glamour, ein bisschen Spaß. Über diesen Preis, übrigens mein erster Preis im In- und Ausland, hoffentlich wird es nicht der nächste Preis. Danke. 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 Bis zum nächsten Mal.